Nein, ich meine, Italien ist ein großes Land. Italien hat eine sehr erfolgreiche Regierung. Italien wird Neuwahlen haben und in die inbösen Auseinandersetzungen von Mitgliedstaaten müssen wir uns als Regierungen in der Regel nicht ein. Aber jeder kann sagen, jeder weiß, dass unter Monti Italien große Fortschritte gemacht hat, die unter seinem Vorgänger in den Jahren zuvor nicht so erreicht worden sind. Jeder Italiener, der mich fragt, dem würde ich auch noch einmal sagen, auch die Unterschiede zwischen der Regierung Monti und der Vorgängerregierung aufzeigen können.